Ein wenig Statistik zum Bundesvorstand Einschließlich des jetzt amtierenden Bundesvorstandes waren es 18 Frauen und 34 Männer, davon 18 Priester. Sie kamen aus 19 der 27 deutschen Diözesen. Die meisten kamen aus dem Erzbistum Köln und dem Bistum Münster, gefolgt von Aachen, Essen sowie München und Freising. Dann folgen Mainz, Paderborn und Trier sowie Augsburg, Berlin, Limburg und Rottenburg-Stuttgart und schließlich Bamberg, Freiburg, Hamburg, Osnabrück, Speyer und Würzburg. Die längste Amtszeit hatte Bundespräses Willi Bokler mit 14 Jahren, gefolgt von der Bundesvorsitzenden Lissi Mayer, dem Bundesvorsitzenden Wolfgang Reifenberg und dem Bundespräsident Rolf-Peter Krämer mit je neun Jahren. Durchschnittlich betrug die Amtszeit fünf Jahre.